Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Europa und hier ist alles hier mit Raipu-Chana. Wir sind in einem Krieg mit Portugal, da läuft es soweit ganz gut. Jetzt noch ein bisschen. Da ist alles besetzt. Ich habe ein bisschen was verloren. Nicht zu knapp. Schascha mag uns nicht. Die Festungen entfallen werden endlich vom Kirchenstaat. Das sind die echt toll. Jetzt. Wunder. Was? Genua hat was abgedrehten. Äh, Spanien hat ein Genua was abgedreht. Das ist ein Jolov. Wir haben keinen Diplomaten. Das ist schlecht. Wir kosten jedenfalls weniger Säche. Mali hat Kirchenstaat gelegt. Jacke haben wir auch gewonnen. Wir müssen mal die Hauptstadt. Parayusha. Jetzt kostet sie da noch Geld. Habe ich nicht. Die China. Was machen die so? Fokus und Bauzeit. Nee, das ist wurscht. Ah, ich werde da an den verlängert. Die frische Stadt hat da bestimmt Geld, oder? Ja. Machen wir mal. Kirchenstaat. 0,55. Das ist nicht viel. Möchte ich das da oben noch? Das ist die große Preisfrage. Möchte ich euch noch mehr nehmen? Wie kostet ich denn nach dem Diplom macht, ey? Wir können hier erstmal das nehmen. So. Oh, hätte ich schon mal vorher schauen sollen, ob ich noch was unterdrücken kann. Naja. Jetzt die Po. Kann man denn endlich bauen? Und wir sehen noch nicht. Kirchenstaat. Ich nehme schon mal eins, weil so viel brauchen wir ja eh nicht. Abreden. Nö. 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 Kann ich jetzt einfach so etwas begraben? Nö. Nö. Wir machen das noch mal mehr als. Nö. Nö. Da kann ich jetzt mal zurückkommen. Benin, das ist noch eine wichtige Handels-Dingenz. Das Problem ist jetzt... Wer steht denn da? Frankreich, okay. Das sieht jetzt hier aus, dann müssen wir mal einen Reward ziehen wahrscheinlich. Guckst du da nicht hin? Oh, nee. Hat dich nicht bei mir da mit dem Durchmarschrecht? Nee, die hat eins bei mir. Na warten wir mal. Oh, hallo. Achso, kann ich nicht gucken. Gucken, was ich dann von Portugal nehme. So, aber jetzt. Ach, sehr schön. Da sieht man doch gleich mal die Armee da, dann sieht man weg die Rebellen. Das ist okay. Ich habe etwas getan. Das ist okay. Gut. Was ist denn beim Kongo aus? So, Moment. Mal da hin. Na Kalifornien. Mal gucken. So, mal gucken wegen Frieden. Schön viel Geld, das ist gut. Wann im Korugal. Das hat hier noch schönes, das da. Da hinten habt ihr nichts mehr weiter, oder? ach geht nicht okay das geht auch nicht weil zu viel geht nicht ah Marlon ist alleine ah mein König gestorben das war nicht schön na gut niemand da ich glaube wir haben wir kriegen eine Handelseffizienz ah ich kann wohl wissen Fettich weiter befreien würde ich schon aufgeben das ist auch ein Schink groß langsam weil Fundland bräuchte ich ein bisschen Nini hat Japan den Krieg erklärt ok was wollen die denn machen Nini ist japanischer Krieg ok Mh Wollen wir mal aufrüsten? Nee Mangel an Offizieren oh Mann so Mann was gibst du uns denn? Nix weiter ja ist ok so Kongo Anspruch aufgeben brauchst du nicht das ist mir wohl am ruhig machen können wir eine Nation entlassen können wir hier noch mehr nehmen? Nee wie viel Geld hast du denn? 420 ich sehe ich muss schon aufgeben über ursprünglich um Ohja Achso das ist eine Kongo ähm Kongo ist mir wurscht da muss ich schon drei nehmen muss noch ein bisschen dann machen wir noch ein bisschen so hat sich nur verlängert Ich weiß nicht, dass ich das läuft, ok. waren hier viel wieder kriegt und mal machen So, wenn wir hier aufstellen, dann geht es ein bisschen schneller. Können wir Rebellen oder was war jetzt? Ah, da unten. Auf hier. Was ist denn da oben? Was ist da besetzt? Ach, die Portugiesen. So, wie schaut es jetzt mit Kongo aus? Aber die wollen wir euch aufgeben. Was wollen wir denn von Portugal? Was haben wir gesagt? Was ist da vielleicht? Ich könnte theoretisch alles nehmen. Ne, Australien. Ne, das ist eine Kolonie, oder? Ja. So. So. Den haben sie nichts mehr, ne? Ne. Das geht nicht, weil... Festung. Geht wahrscheinlich auch nicht, ne. Das würde gehen. Das würde gehen. Das nehmen wir. Und... So. 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 Dann wäre das alles weg. Kostet es wieder einen Haufen Diplor. Das wäre schon zu viel. Okay. Geld kann man gut gebrauchen. Hm. Ein bisschen blöd. Okay. Dann müssen wir da warten. Schauen wir mal, wie sie sich rumtreiben hier. Und da hin. Schaut sich jetzt ein Kong aus. Dann muss man die immer nicht aufgeben. Jetzt. Aber... Es ist immer noch zu viel. Okay. Dann besetzen wir halt weiter. Ist mir recht. Oh. Der hat gar kein Anführer drin. So. Genau. Laufen wir da rüber. Ne. Da hin. Da ist keiner. Okay. Ja. Können wir noch plündern. Dann. Goldene Ära der Kultur. Sehr schön. Das haben wir ja auch schon gemacht. Oh. Erwischen wir dich. Sehr schön. Zirberflotte aus Australien. Sehr geil. Und tschüss. Wie schmuttig. Nee. Schade. So. Nochmal Kongo probieren. Wir wollen das einfach nicht aufgeben. Wir Schweine. Ähm. Was. Wie. Wo. Besetzt. Oh. Matoai. Ist mir zur Hilfe gekommen. Sehr geil. So. Jetzt Kongo. Ja. Sehr gut. Und. Das könnte ich noch nehmen. Oder warte ich noch auf den nächsten Tag. Dann dauert das noch. November. Ja. Da warte ich noch zu lang. Das ist glaube ich sinnvoller. Hallo. Das ist mal so. Lagern wir mal ein bisschen. Muss mir doch mal die Rebellen weg machen. Dann kann ich noch mal die Rebellen weg machen. Ja. Das ist mal so. Das ist mal so. Und da unten habt ihr noch ein paar. Ah je. Ja. Kann man nicht. Schade. Ist noch irgendwas wichtiges hier? Ne. Nur Toledo. So. Ich brauche auf Toledo. Könnt ihr jetzt hier wirklich noch gegen Spanien Krieg führen? Oh. Hallo. Meine. Tut mir leid. Wenn. Dann habe ich keine irgendwo. Ne. Was bist denn du da? Diverse Armeen. Erwische ich dich da? Ne. Ich habe schon gegen seine Rebellen weg gemacht. Aber das nützt jetzt leider nichts. Mal so. So. Ein bisschen. Ach. Ne. Ist das ja erst. Ah. Hm. Das Handelsdepot hätte ich schon gern gehabt. Ich muss mal ein bisschen aushalten hätte ich gesagt. nicht. Oh. Rebellen. Das mache ich aber nicht. Wo willst du hin? Na kauf um. Nix dagegen. Ah. Wieder nichts erwischt hier. So geht's. Da erwische ich zumindest die vier schon mal. Gewonnen! So, alle weg. Wieder einer hier rüberlatschen. Dann kann ich jetzt auch noch warten. Oh, Befehlshaber ist tot. Wann haben wir ihn gefangen? 67? Was ist das ja gleich? Großbritannien kommt dann auch noch irgendwann dran. Dann dauert das noch bis 72. Okay, beschleunigen wir das Ganze mal. Kampelose bekommen. Ah, jetzt. Sehr schön. So, hier kann man auch was Neues nehmen. Nachbar der Force. Nachronomie, Abtrinkzeit. Nachbar der Force zum Rivalen. Ich habe eigentlich keine Weiber mehr in der Nähe. Nehmen wir aus dem Mal in Großbritannien. Ne, das bringt mir nix. Dann mache ich lieber Akronomie, Abtrinkzeit. Kongo. Kriegssorvation geht auch noch, ne? Ja, wir haben Nation entlassen. Muss aber nix sein. Bündnisse aufkündigen. Neue Kampelosen. Eine wichtige Handelsstadt hier. Ach. Okay. Ist doch ein Handelszentrum. Ah, okay. Verstehe. Ja, befreie mal die Rolle. Winzen. 100 Tage des Kriegs nie, ne? Hm. Was ist das Selbstregeln? Da habe ich jetzt schon drei. Ach, da. So, schauen wir doch mal. Dein Geld. Erstmal, ganz wichtig. Dann nehmen wir die mal alle Provinzen hier weg. Hm. Nehmen wir die Insel noch weg? Wieder auf jeden Fall. Da kommen wir nicht schnell ran. Kommen wir da ran? Ja, das geht. Eh. Toll. Was ist das für eine? Nein. 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 Da habe ich alle Insel absuchen. Äh, alle Gebiete. Ist ja nervig. Das könnte ich noch nehmen. Okay. Oh. Okay. Oh. Ich muss ja ganz in der Nähe jetzt sein. Da vielleicht. Ja. Gott sei Dank. Die Frage, was nehmen wir noch? Was ist das? Mexiko, ne? Das sind zwei. Ne. Das lohnt sich glaube ich noch nicht. Hm. Nicht wie die ganzen Inseln. Das wäre eine Idee. Eh. Komm jetzt. Ah, die wollen nicht ganz. Okay. So könnte ich das machen. Das 200 Diplos. Ah, dann wird das hier noch ein bisschen verzögert, ne? Ne, passt schon so. Und wieder ein bisschen Elfenbeinküste gesichert. Und hier auch. Ich hoffe, das war ein Kolonialgebiet. Äh. Wann das? Noch nie. Ja. Das war eins. Okay, passt. Wunderbar. Genau. So. Machen wir es mal die, über den wir machen. So. Jetzt haben wir da eine schöne große Kolonie. Oh, ich sollte mal hier nicht schnell beenden, sonst bin ich ganz schnell pleite. noch eine offen. Ja, aber da komme ich nicht ran. Ist noch im Inland. Okay. Oh, ich habe einen Händler. da. Machen wir den wir sehen. Mh. 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 nicht viel. Ich probere hin ein etwas. So. Wir wollen eines Depots bauen. Ach. Wir bauen erstmal hier aus. Das ist ein bisschen ganz wichtig. Hier unten noch vielleicht. Ich hoffe ich habe jetzt hier nicht was gebaut. Ne. Passt. So. Mal hier runter. Da müssen wir bisschen aufpassen. Ja. Für Großbritannienkrieg. Okay. Hm. Gut. Dann würde ich sagen beenden wir es wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020